Hi, wir sind Blank & Jones und wir stehen hier vor dem Stammhaus, dem Kölner Stammhaus der Saturnkette. Genau, das sind quasi die heiligen Hallen hier am Hansaring und hier ist nicht nur ein Großteil meiner Flattensammlung entstanden, ich habe hier mein ganzes Taschengeld hingeschleppt, sondern wir sind auch heute immer noch wieder sehr gerne hier. Heute sind wir aus einem ganz besonderen Grund hier, denn wir feiern ein bisschen die 80er Jahre und werden jetzt gleich mal hier im Saturn am Hansaring durch die schöne Sammlung gehen und uns ein paar Schätzchen, die uns quasi an unsere Jugend erinnern, raussuchen und gucken, was diese tolle CD-Sammlung hier heute noch zu bieten hat. Viel Spaß dabei! So, jetzt waren wir eine gute Stunde unterwegs und haben doch schon einiges an Ausbeute hier gemacht. Genau, und haben so eine kleine Reise in die Vergangenheit gemacht, denn die 80er hatten nicht nur tolle Clubs, sondern auch wirklich fantastische Musik und großartige Alben und wir haben einige wiedergefunden, die wir teilweise nur auf Vinyl haben. Und wir haben auch das Format der 80er gewählt, also jetzt nicht alles, aber... Auch Vinyl gibt es hier noch im Saturn-Hansaring und zwar nicht zu wenig und auch wirklich schöne, besondere Sachen. Zum Beispiel das erste, was ich mir ausgesucht habe, ist das klassische Rio-Album von Duran Duran. Das gibt es jetzt in einer Neuauflage auf Vinyl und da sind dann die US-Mixe mit drauf, die zwar schon mal auf CD veröffentlicht wurden und auch mal auf der amerikanischen EP, die der Sammler natürlich zu Hause hat, aber das Ganze hier ist jetzt remastered und bringt das Ganze zusammen, eine Limited Edition und das darf in meiner Sammlung auf keinen Fall fehlen. Das Album, klar, kennt man natürlich mit Rio und einem meiner absoluten Lieblingssongs Hold Back the Rain, natürlich auch auf der So80s-Serie schon mal vertreten und deswegen kommt dieses Ding mit zu mir nach Hause. Ja, ich habe mir diese schöne Vinyl hier ausgewählt, Depeche Mode Speak and Spell, benannt nach dem Sprachcomputer von Texas Instruments, damals legendär im Poltergeist-Film gefeatured und hier noch im Original-Line-Up mit Vince Clark und das war wirklich ein Album, was mich damals sehr geprägt hat, von Daniel Miller, dem Entdecker von Depeche Mode und Founder of Mute Records produziert. Und ich hatte die damals auch schon mal auf Vinyl, allerdings ist das hier nochmal exklusiv remastered und mit 180 Gramm audiophilen Vinyl-Pressing. Also ich denke mal, das wird nochmal richtig geil sein, die zu hören. Da gab es doch auch, ich weiß noch, da haben wir doch als Sammler immer, hat man zwei gekauft. Das war doch, da gab es noch eine, da war I Sometimes Wish I Was Dead drauf. Ist das die? Und da gab es noch mehr, super, das ist doch schon mal perfekt, schön. Damals gab es glaube ich eine England-Pressung und eine Deutschland-Pressung, auf der einen war das drauf und auf der anderen dann nicht. Aber legendäres Album. So, dann kommen wir jetzt mal zu der zweiten Generation an Tonträgern. Lassen wir mal die Kassetten außen vor. Aber auf CD ist dieses Album nach wie vor auch ein Muss von den Pet Shop Boys. Disco. Das war nach dem ersten Album, Please, war das quasi, ja sowas wie eine EP. Das war natürlich auch fürs schmale Taschengeldbudget immer super. Die kostete dann glaube ich maximal 9,90 Mark. D-Mark. Genau. Und das war quasi so auch eines der ersten Remix-Alben, die damals erschienen sind. Da haben dann so Größen wie Arthur Baker, Julian Mendelssohn und natürlich Chef Pettibone und die Jungs selber nochmal Hand angelegt an die Tracks. Und das war für mich damals einfach prägend, weil nicht nur die Mixe geil waren, sondern diese Mischung aus Pop und Clubmusik und so diese leichte Melancholie, die die Pet Shop Boys bis heute so glitt auch in ihren Songs drin haben. Großartig. Klar, so Tracks wie Pioneerro waren mehr so Clubmäßig, aber eben auch der Chepettibone Mix von Love Comes Quickly ist hier drauf. Also wenn man das noch nicht auf CD hat, braucht man das auf jeden Fall. Ich habe es halt nur auf Vinyl und deswegen geht das Ding heute auch bei mir mit in die Tasche bzw. zur Kasse. Erst zur Kasse, dann in die Tasche. Ja, ich habe hier das Debütalbum vom New Order. Ihr wisst natürlich alle, dass es die Band vorher quasi schon gab, nur mit einem anderen Sänger. Die nannte sich Joy Division. Und ja, Ian Curtis ist dann leider gestorben. Ich glaube, er hat selbst Mord begangen. Und ja, dann blieb den bestehenden Mitgliedern halt nichts anderes als eine neue Band zu gründen. Wobei ich sagen muss, dass das New Order mir immer mehr zugesagt hat als Joy Division, weil Joy Division war doch schon sehr deprimand und düster. Und das Album hier, Movement, ist quasi der Blueprint für alle folgenden New Order Alben, weil da schon auch sehr viele Club-Elemente vertreten sind, das auch schon etwas elektronischer ist als Joy Division. Und das ist auf jeden Fall ein Muss in jeder Sammlung und deswegen geht es auch mit in meinen Sammlungen. Absolut. Also ich finde das auch bis heute sensationell. Danach kam ja dann Blue Monday und Power, Corruption and Lies und die ganzen Sachen. Aber dafür, dass Bernard Sammler da so eingesprungen ist quasi als Sänger, ist er bis heute einer meiner Lieblingssänger. Auch wenn er, glaube ich, als der Sänger gilt, der am wenigsten singen kann. Aber als wir mit ihm den Track gemacht haben, Miracle Cure, das war für uns auch schon ganz besonders. Auch live immer so eine Möbel-Poß. Also man weiß nicht, was man erwartet. Also entweder geniales Konzert oder absoluten Begriff ins Klo. Und ich habe die leider in Düsseldorf mal live gesehen. Ja, das war ich auch. Das war nix. Aber es gab auch gute Konzerte. So, ich mache dann direkt mal weiter. Und zwar habe ich hier das Album Ultravox Vienna. Ultravox gab es vorher auch schon. Zwar mit dem anderen Sänger, John Fox. Und da waren sie auch noch etwas mehr Crowdrock-mäßig unterwegs. Und hier waren sie auch schon deutlich elektronischer und mit dem neuen Liedsänger Mitch Juer. Und ja, mit dem neuen Sänger, was ja auch nicht selbstverständlich ist, sind sie ja nochmal richtig durchgestartet und sind dann auch im Mainstream angekommen. Und natürlich unvergessen hier mit drauf Vienna. Das ist halt einer der Hungen unserer Jugend. Und auch hier so ein Secreted Mr. X auf der Maxi-Version auch noch als Herr X mit drauf. Ich glaube hier auf der Limited. Ja, hier ist es auch auf der Limited. Und ja, hier natürlich die Limited hier quasi als Doppel-CD nochmal mit B-Seiten und Live-Recordings. Einfach ein Must-Have für jeden Synthi-Pop-Lobber und natürlich auch Altovox. Vielleicht startet er vor Jahren in einem anderen Fall. Heute kann man es unmöglich wissen. Vor allem ist es bei uns hier eigentlich um die Ecke aufgenommen worden. Conny Plank hat das damals produziert und dann waren die Jungs hier vor den Toren Kölns, wie man so schön sagt, nachdem da auch die Rhythmics ja schon produziert hatten, hat Conny Plank auch dieses legendäre Album produziert. Wirklich großartig. So, dann machen wir jetzt mal weiter mit einer deutschen Band, von der viele nicht wussten, dass es eine deutsche Band ist. Ich, um ehrlich zu sein, am Anfang auch nicht, als die 1984 um die Ecke kam. Wir hatten das große Glück, dass wir in den letzten Monaten sehr viel mit den beiden Jungs von Alphaville zusammengearbeitet haben. Marian Gold und Bernard Lloyd. Und mit denen haben wir ja gerade die ganzen alten Maxis restauriert und zum ersten Mal überspielt für die aktuelle So-80s-Veröffentlichung und die ganzen B-Seiten, die eigentlich mindestens so spannend sind wie die Maxis. Aber dieses Album habe ich in der Tat bisher nur auf Vinyl in meiner Sammlung. Und das ist, wenn man mich so fragt, was gehört zu den Highlights der 80er Jahre an Alben, muss ich ganz klar sagen, das Alphaville Forever Young Album ist so ein Album, was man von vorne bis hinten durchhört. Und es ist auch ein Soundtrack für mich für das Jahr 1984 gewesen. Und ich liebe dieses Album bis heute und freue mich sehr, es dann mal komplett auf CD zu genießen. Ja, als nächstes haben wir hier gefunden, Grace Jones' Slave to the Rhythm. Also ein sehr geiles Album und im Grunde genommen ist es das erste Konzeptalbum, was im Grunde genommen ein Track in verschiedenen Versionen und natürlich produziert vom legendären Produzenten Trevor Horn und The Founder of CTT Records. Und ja, das Ding ist einfach so geil. Also das war damals so outstanding. Also wie gesagt, ein Track in acht verschiedenen Versionen und heute immer auch noch vom Klang ein absolutes Muss. Ich glaube, die haben da weiß ich nicht, über ein Jahr dran geschraubt oder anderthalb Jahre. Also wirklich von 85 damals so wegweisend und auf jeden Fall ein Muss und deswegen geht es nochmal mit. Ich habe zu Hause nur die Vinyl und jetzt nochmal aufzudehnen. Tears for Fears. The Hurting. Das war das Debütalbum. Geil. Ja, auch direkt das Beste. Ja, absolut. Finde ich auch. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war, das Album ist so, es hat zwar sehr viel Schmerz irgendwie in sich, aber als ich damals zum ersten Mal Mad World gehört habe, da war es so nicht geschehen und alles, was dann zwar davor war, zum Beispiel Suffer the Children oder danach kam wie Change, Pale Shelter. Das Album, das kann man so durchhören, ist auch so ein Album wie bei Alphaville. No Fillers. Ja, einfach großartig und ich kriege immer noch Gänsehaut. Das ist so ein Album, wo so eine ganz bestimmte Stimmung einfach sofort in einem passiert, wenn man das mal irgendwie auf Reisen hört, auf dem iPod oder sowas, wenn man unterwegs ist oder im Flieger, wenn wir von einem Gig zurückgehen. Das macht einfach Spaß und diese Limited Edition hier, die hat die ganzen B-Seiten und Remixes mit dabei. Die B-Seiten waren, fand ich, auch immer sehr, sehr interessant. Die Ideas as Opiates fand ich super, die ist hier mit drauf. Dann diverse Mixe von Mad World, von Change, von Pale Shelter. Also das ist auf jeden Fall was, was bei mir nochmal den Weg in die Sammlung findet. Die Original-CD habe ich, also natürlich die Vinyl und die CD und das ist dann jetzt die dritte Version, die es dann bei mir in meine Sammlung schafft. The Hurting Tears for Fears, das ist die Deluxe Expanded Edition. Das letzte Album, was ich mir rausgesucht habe, ist wirklich ein Album, was ich mich, oder ein Band-Projekt, was mich damals dazu gebracht hat, elektronische Musik zu produzieren. Als ich die damals das erste Mal live gesehen habe, habe ich gedacht, sowas möchte ich auch machen. Die Rede ist von Front to Cartoon. Official Version, eines der besten Album von den Jungs. Leider hier nicht mehr mit dem Original-Cover, aber selbst wenn man es heute hört, immer noch ein sehr geiles Album und wie gesagt, mit die Erfinder oder Wegbereiter der Electronic Body Music, der Form, Vorform der Techno-Musik, wenn man so will. Und hier auch nochmal mit so ein paar Maxi-Versionen mit dabei. Also als ich die gerade gesehen habe, musste ich die nochmal mitnehmen, weil ich habe die Vinyl nur noch zu Hause. Die ist aber mittlerweile so abgerockt, dass ich hier nochmal digital brauche. So, die letzte Platte. Ich sage jetzt schon Platte. Wir waren jetzt hier so viel in der Vinyl-Ecke. Die letzte CD, die ich mir ausgesucht habe, die kommt von, glaube ich, einer Band, die mich so sehr geprägt hat wie kaum eine andere. Nämlich Visage. Und Visage war natürlich, wie man heute weiß, nur ein Zeitprojekt von diversen Mitgliedern von Ultravox, ich glaube Magazine und eben dem Türsteher, damals vom Blitz-Club, Steve Strange. Aber er war halt einfach sehr charismatisch bzw. seinen Look hat einfach dann auch die Band wiederum interessant gemacht. Und diese Best-of, die habe ich bisher tatsächlich nur auf Vinyl gehabt. Und, tata, ich habe sie nochmal mitgebracht aus meiner Sammlung, denn ich habe mir diese Vinyl-Platte tatsächlich in diesem Laden, in dem wir gerade sind, gekauft. Im Jahr, lass mich mal eben gucken, 1983 habe ich hier schon mein Taschengeld hingebracht. Und hier ist sogar noch das alte Original-Preisschild drauf vom Saturn. Damals 17,90 Mark hat das Ganze gekostet. Also wir haben mit unserem Geld damals den Saturn mit aufgebracht. Genau, also ich glaube, meine Plattensammlung, es sind mehrere 10.000 Mark, die hier der Saturn an mir verdient hat. Und dieses Ding ist unterschiedlich, wie man sieht. Das eine ist rot und das andere hat einen blauen Rand. Das war hier damals die Limited Edition, wie hier auch draufsteht, includes the extra track der Amboss und vor allem, was da drüber ist, die Special Limited Edition im Dance Megamix. Das heißt, diese rote, limitierte Auflage, die war damals non-stop gemixt, die gibt es auch bis heute nicht. Wir haben tatsächlich mal vor kurzem Kontakt über den Mitch Jure, den wir jetzt schon länger kennen. Wir haben ja für Ultravox auch ein Remix gemacht fürs letzte Album und haben auch die So80s Ultravox zusammengestellt mit den alten Maxis. Und als wir hier neulich bei einem Konzert von Ultravox waren, haben wir den Mitch nochmal angesprochen, der übrigens auch hier demnächst zu Gast ist, hier in Saturn. Da sehen wir uns ja vielleicht, denn wir werden auf jeden Fall hier sein und uns Mitch nochmal anhören. Jedenfalls haben wir Mitch gefragt, sag mal, kennst du dich damit noch aus? Und Mitch sagte, du, Visage, ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich bei Ultravox noch irgendwie durchkomme. Ich habe in den 80ern so viel produziert, da bin ich aus dem Studio gar nicht mehr rausgekommen. Aber frag doch mal meinen Kumpel, den Rusty. Der war damals hier mit dabei, der Rusty Egan, das war eigentlich so der DJ im Blitzclub. Und der war auch so die treibende Kraft hinter Visage. Und mit dem haben wir jetzt Kontakt aufgenommen und ihn gefragt, wie dieses gemixte Album damals entstanden ist. Und er konnte sich zwar noch erinnern, dass er das alles gemischt hat, aber... Immerhin! Kein Mensch weiß, wo das Master hiervon ist. Also die Plattenfirma hat auch kein Master mehr davon. Die Gruppe hat damals, wen es interessiert, ihren Vertrag, obwohl sie aus England kam, in Amerika unterschrieben. Und deswegen sind bis heute alle Master von Visage in Amerika eingelagert. Wir geben die Suche nicht auf nach diesem roten Ding. Aber in der Zwischenzeit findet dann mal diese CD ihren Weg bei mir in meine Sammlung. Denn auch wenn ich die offiziellen Alben natürlich alle habe, ist so eine Best-of einfach immer schön zu hören. Und die kann man mal so mitnehmen und zu Hause an anfangen, diese Asche. Das war es jetzt soweit von uns. Ich habe noch einen kleinen Schatz mit dabei. Den habe ich aus dem Tresor, wie Andi so schön sagte, geholt. Denn dieser Laden hier, Saturn am Hansaring, der ist für mich schon was ganz, ganz, ganz Besonderes. Denn ich habe eigentlich hier wahrscheinlich sogar mehr Zeit verbracht als in der Schule. Denn sobald die Schule vorbei war... Hat ja nicht geschadet. Genau, sobald die Schule vorbei war, habe ich mich in die U-Bahn gesetzt und bin hierher zum Hansaring gefahren und habe hier meine Freizeit verbracht. Und zum Teil, was ich auch wirklich sensationell finde, sind hier doch die gleichen Verkäufer, das gleiche Team, bei dem ich in den 80ern immer heimlich über die Schulter geguckt habe, geschaut habe, was sie denn so an Neuheiten gerade einsortieren. Da war der ganze Laden natürlich noch so ein bisschen anders aufgebaut. Wir haben so ein paar Fotos vom Saturn-Team zur Verfügung gestellt bekommen. Die bekommt ihr gleich auch noch mal zu sehen zum Abschluss. Denn das ist schon ziemlich beeindruckend, was hier so in der größten Plattenschau der Welt, das stand damals auf der Plastiktüte, einem alles geboten wurde. Ich meine, die Sammlung ist ja immer noch groß. Genau. Man muss ja auch mal sagen, so, bestes Sortiment hier. Das ist unglaublich. Und damals habe ich 1981 meine erste Single hier gekauft. Die habe ich jetzt dann auch schön eingepackt in so eine Plastiktüte. Und hier, so sieht sie aus. Ich war so verliebt, bin es, glaube ich, auch heute noch. Kim Wilde, wie kann man auch nicht verliebt in sie sein. Vorsicht. Guck mal, die hat gelitten. Also die hat schon viele Partys mitgemacht. Aber für 4,50 Mark, kosteten damals hier in Saturn die Singles, habe ich diese erste Single hier gekauft. Und von dem Tag an habe ich mein ganzes Taschengeld hierher getragen. Und ich finde es immer noch schön, hier reinzukommen. Und das Erlebnis Plattenladen ist für uns natürlich immer noch extrem wichtig. Deswegen ist es einfach so schön, dass es noch so Läden wie hier den Saturn am Hansa Ring gibt, wo man einfach mal samstags hinkommen kann, abschalten kann, einfach ein bisschen wühlen kann. Oder auch in der Woche. Genau, wie ihr hier seht, haben wir auch wieder was gefunden. Und wir haben eigentlich das Gefühl, dass wir eigentlich schon alles zu Hause stehen haben. Aber das ist das Schöne, man findet immer wieder was. Und hat natürlich auch viele Leute, die man hier trifft, also bei Events, hat man sich hier getroffen. Wir waren mit Sandra, waren wir hier zur Autogrammstunde. Da haben wir viele So-80s-Lover quasi gefunden, die mal hier waren. Mit denen haben wir gequatscht. Und ich denke, bei Mitch Jure wird es ähnlich sein. Es macht einfach Spaß. Musik ist was für Nerds, so wie wir es jetzt hier sind, die einfach total gerne auch darüber sprechen, über ihre Sammlungen reden. Wir haben hier ja auch schon mal aufgelegt, ein DJ-Set gemacht. Das machen wir bestimmt in Zukunft auch nochmal. Das sind für uns so Events, wo man sich trifft. Das ist nicht so anonym wie das Internet, sondern man kann hier einfach wirklich ein bisschen nochmal was entdecken. Auch nochmal ein bisschen seine Jugendrevue passieren lassen, so wie wir heute bei den 80ern. Und wie wir ja auch bei unserer So-80s-Serie immer wieder gerne machen. Also insofern, wir haben hier sehr viel Spaß gehabt. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Saturn Hansaring, wir kommen wieder. Saturn Hansaring, wir kommen wieder. Saturn Hansaring, wir kommen wieder. Bis zum nächsten Mal, ciao. Vielen Dank.